So, schönen guten Morgen. Ich darf Sie begrüßen heute Freitag, der letzte Tag unserer Virtual Days zum Thema Scafmex und Gerüstbau. Wir haben heute drei spannende Webinare, denke ich auch aus der Praxis, wie jetzt zum Beispiel Thema Layout. Ist ja vielleicht ein Thema, wo der ein oder andere noch gar nicht so viel mit zu tun hatte, aber mit Sicherheit spannend. Ich freue mich dann auch gleich, den Herrn Benrich begrüßen zu dürfen, der uns das Ganze näher bringt. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir haben, andersrum, wir fangen mal so rum an, rechts auf der Seite in Ihrem GoToWebinar-Tool haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da gibt es jetzt auch gleich eine Frage zum Start. Nochmal der Hinweis, 18.01. werden wir die Scafmex 2022-Version veröffentlichen. Seien Sie gespannt drauf, wir werden da noch mal im Rahmen der Veröffentlichung auch natürlich weitere Webinare anbieten. Abonnieren Sie den Newsletter, dass Sie da immer up-to-date bleiben, auch den Update-Newsletter. Ich habe es auch die Woche einmal kurz thematisiert. Schau, ob der Ton passt, dass das nochmal stimmt. Ja, sieht gut aus. Schlägt das aus? Hallo, hallo. Ja, wunderbar. Sorry. Dass das Update bevorsteht, 15.11. kommt dann das neue Scafmex 2021-Update. Und habe ich was vergessen? Kurz überlegen. Heute Mittag kann man nochmal ein spannendes Webinar zum Thema auch Scafmex in der Praxis vom Gerüstbauunternehmen Willi Schmid. Und gleich im Anschluss nochmal ein kleines Webinar zum Thema mit Punktwolkenarbeiten. Da hat uns auch ein Gerüstbauer hier in der Gegend ein paar Punktwolken zur Verfügung gestellt. Die Firma Host Gerüstbau, das würde ich Ihnen auch gerne näher bringen. Dann gucke ich mal, ob der Herr Wenrich schon zugeschaltet ist und uns zuhören kann. Guten Morgen, Herr Pahl. Ich kann Sie hören. Wunderbar. Hallo, Herr Wenrich. Nochmal danke an der Stelle, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns auch aus Ihrer Praxis das Layout ein bisschen näher zu bringen. Jetzt fangen wir mal so rum an, dass wir vielleicht einen kleinen Überblick bekommen, auch für den Herrn Wenrich und mich. Von den Teilnehmern auch hier nochmal ein Dankeschön. Ich habe gesehen, ganz viele Teilnehmer haben uns schon die ganze Woche begleitet. Freut mich, dass das so einen Anklang gefunden hat. Vielleicht auch da nochmal eine Mail an das marketing-at-softtech.de oder auch an mich persönlich, wie Sie die Woche so fanden. Feedback ist immer gut an der Stelle. Nutzen Sie doch jetzt mal ganz kurz diese Fragen auf der rechten Seite und schreiben Sie einfach mal kurz ja oder nein, ob Sie schon mal mit Layout gearbeitet haben. Dass wir da so einen kleinen Überblick bekommen, ob das jetzt schon was ganz Neues für Sie ist oder ob das auch schon das ein oder andere Mal in der Nutzung war. Kurze Info dazu, wenn Sie SketchUp nutzen, wird Layout automatisch mitgeliefert. Also Sie haben dieses, was wir Ihnen jetzt zeigen, immer parallel mit quasi gekauft mit dem SketchUp. So, jetzt gucke ich mal rein. Im Moment haben wir acht Antworten. Das ist genau die Hälfte. Also wir haben drei Teilnehmer mit Ja. Warten wir mal noch zwei Sekunden. Okay, kann man gut sagen, dass so ein Drittel der Teilnehmer hat schon mal mit Layout was gemacht und zwei Drittel ungefähr noch nicht und schreibt auch der eine oder andere. Ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet beziehungsweise ich bin gespannt, was Layout alles bietet. Ich denke, das ist auch ein guter Einblick. Also ein Drittel der Teilnehmer hat schon mal mit Layout was gemacht, zwei Drittel für dieses Neue. Und dann würde ich sagen, Herr Wenrich, wir schalten mal auf Ihrem Bildschirm und lauschen dem, was Sie uns jetzt zeigen. Wunderbar. Wir sehen hier ein Bildchen. Ich mache mich mal stumm. Ich bleibe im Chat. Und wenn das ist, schalte ich mich wieder aktiv. Ich übergebe an Sie dann. So, guten Morgen. Super, danke, Herr Paar. Guten Morgen alle zusammen. Also einmal geht es um Layout, wie man das fertige Gerüst mit Gebäude in 2D-Ansicht oder auch in 3D-Ansicht exportieren kann oder bearbeiten kann. Wir sehen jetzt hier eine fertige PDF. So wollen wir heute mal das Ganze gestalten. So könnte es dann mal aussehen. Das ist jetzt mal eher ein kleineres Gerüst an der Kapelle. Das war mal ein Kundenprojekt. Hier habe ich schon mal was vorbereitet. Man kann in einem Layout hier die Planköpfe erstellen und dann der Auftraggeber Bauvorhabenadresse auch diese Maßstäbe mit reinbringen, die Dateiname, wann wurde zum Beispiel der Plan geprüft und von wem er gezeichnet worden ist oder auch wer der Bauleiter von dem Projekt ist. Genau. Von dem Layout her, da ist man natürlich komplett frei, wie man die Vorlage gestalten kann. Da gibt es natürlich auch, wie alles in Deutschland, eine DIN-Vorschrift, wie so ein Layout auszusehen hat. Das wäre jetzt zum Beispiel ein A0-Layout. Das sieht man dann auch hier unten. Das kann man natürlich auch alles mit abbilden. Also da ist dann der Anwender komplett frei, wie er das Layout gestalten möchte. Der Paar kann dann später, oder vielleicht kann ich dann noch, einen Link mit reinstellen, wo man solche Vorlagen für Layout kostenlos downloaden kann, dass man da das Rad nicht neu erfinden muss. Genau. Dann wechsle ich jetzt mal in SketchUp. Da habe ich auch schon diese Kapelle mit dem Gerüst schon fertig. Wichtig wäre, dass man eben, um, sage ich mal, diese einzelnen, ich wechsle nochmal, diese einzelnen Ansichten ins Layout zu bringen, würde ich empfehlen, hier drüben an der Seite, je nachdem, wo der Nutzer das angeordnet hat, diese Szenen freizuschalten. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, um eben diese einzelnen Abbildungen dann im Layout zu präsentieren. So, also wir, wir starten immer am besten mit der ISO-Ansicht. Man kann dann hier oben mit der, mit den Ansichten, Tool, sage ich jetzt mal, mit den Icons, kann man jetzt zum Beispiel mal das hier so hindrehen und diese, ja, diese Ansicht hier mit der ISO drücken. Dann gehe ich immer gern noch hier auf alles anzeigen, dass man natürlich hier alles draufkriegt und dann drücke ich hier auf der Seite, wo Szenen steht, auf das Plus. Dann erstellt der, erstellt SketchUp eine Szene. So, da oben hier im linken Bereich sieht man auch noch mal, wo man die Szenen, dass man eine Szene erstellt hat. Die heißt jetzt zum Beispiel Szene 1. Die kann man jetzt, die würde ich empfehlen, diese umzubenennen. Man kann jetzt hergehen mit der rechten Maustaste und sagen, bitte umbenennen. Ich nenne es an der Stelle jetzt einfach mal ISO 1. Enter. Dann haben wir die erste Ansicht. Ich gehe dann immer noch gern auf diese andere Ansicht. Das gleiche Spiel dann noch mal. ISO drücken. Die komplette Ansicht noch mal herholen. Dann auf der rechten Seite noch mal das Plus drücken, dass wir das Ganze noch mal von der anderen Seite bekommen. So, das ist dann wieder die Szene 2. Die kann man entweder umbenennen, wie vorhin noch mal mit der rechten Maustaste. Oder man geht in den Bereich rechts, wo die Szenen sind, auf diesen Button. Dann geht da unten noch mal so ein zusätzliches Fenster auf. Und da kann man natürlich den Namen auch noch mal ändern. Und da könnte man jetzt eben dann diese ISO 2 reinschreiben und dann ändert sich das oben links. Also da gibt es verschiedene Wege. So, da kann man jetzt beliebig viele Szenen erstellen. Dann würde ich hier gehen, würde ich zum Beispiel diesen Grundriss holen. Den kann man jetzt sagen, ich drücke hier oben drauf. Oder wenn man dann noch mal zurückgeht, kann ich auch auf diese Linie klicken, rechte Maustaste, Ansicht ausrichten. Da hat man das gleiche auch noch mal. Dann würde ich empfehlen, bei der Kamera die Perspektive umzustellen auf Parallelprojektion. Das kann man auch, ich habe das jetzt auf STRG und Q gemacht, also so Shortcuts, dass ich nicht hier mal oben wechseln muss. Dann kann ich hier mal ganz schnell dementsprechend diese Ansichten wechseln. Also parallel zu Perspektive. Dann hole ich das auch ran. Da kann man entweder auch wieder sagen, ich will alles sehen oder ich beschränke den Bereich auf diese Ansicht. Ist jetzt aber auch nicht kriegsentscheidend. Das können wir dann im Layout alles nochmal anpassen. Ich würde jetzt diese ganze Ansicht nehmen, die Szene dann nochmal hinzufügen. Das dauert immer ein paar Sekunden. Das Ganze dann auch nochmal umbenennen. Abkürzung GR zum Beispiel für Grundriss. Dann kann man noch weiter gehen auf diese Ansicht. Wie schon gesagt, ich benutze die Button hier oben immer gerne. diese Ansicht ist jetzt vielleicht nicht so optimal. Dann gehe ich hier weiter durch. Dann nehme ich diese. Drücke wieder auf alles zeigen, dass das hingesoomt wird. Drücke dann wieder auf diesen Plus-Button und habe die nächste Szene. So. Dann würde ich noch sagen, wir nehmen jetzt noch eine Seitenansicht. Auch wieder alles anzeigen. Drücke dann wieder auf diese Szene. Und damit hätte man, sage ich jetzt mal, wie sagt man so schön, die Drei-Tafel-Projektion hätte man jetzt an der Stelle. Da wir ja jetzt, sage ich mal, eine Kirche haben oder halt ein Gerüst mit verschiedenen Gerüstebenen, würde ich da noch einen Schnitt mit einfügen. Einen Schnitt, da gibt es ja auch dieses Icon, das Schnitt-Tool. Da geht man hier drauf. Um diese, jetzt ist er ja frei beweglich, wenn man das hier so sieht. Das kann man natürlich auch sperren, indem man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt den Schnitt von oben haben möchte, dann drücke ich die Cursor-Taste oder beziehungsweise den Pfeil nach oben und dann ist diese Schnittfunktion gesperrt für die Draufsicht. Wenn ich die andere, also die andere, einen anderen Schnitt haben möchte, dann drücke ich ihn wieder nach links. Das ist jetzt die grüne Achse oder nach rechts für die rote Achse. Das kann ich hier steuern mit der Cursor-Taste. So, wir holen uns einen Schnitt, zum Beispiel hier unten, setze ich hier rein, dann fragt der nochmal, wie möchte ich den Schnitt nennen? Ein SC1 würde ich den vielleicht benennen. Drücken wir OK. Da ist natürlich auch jeder frei. Da habe ich schon ein paar Schnitte vorbereitet. Die schmeiße ich mal hier noch raus. So, dann haben wir den Schnitt. Jetzt hat man natürlich hier den Bereich, den kann man hier ausblenden, indem man hier oben auf diese Schnittebene anzeigen oder ausschalten. Dann kann ich das hier steuern. Ich würde empfehlen, diese Anzeige auszuschalten. Dann kann ich nochmal in den, drücke ich hier oben auf Grundriss, den was wir gestellt haben. So, dann kann ich, dann habe ich nochmal diese Ansicht, gehe nochmal auf Schnitt anzeigen und dann macht er eigentlich den Schnitt in der Regel, was er jetzt hier nicht tut. Schnitt ist eigentlich aktiv. Okay, also es funktioniert nicht. Man sieht es hier. Also er aktiviert nicht den Schnitt. Sollte das passieren, den Schnitt anzeigen lassen, rechte Maustaste, also anklicken, rechte Maustaste drauf, aktivieren Schnitt. Dann aktiviert den Schnitt. Normal funktioniert es hier oben. funktioniert heute nichts als der Vorführeffekt. Herr Winrich, ich gebe mal kurz an der Szene, wird gespeichert, ob ein Schnitt sichtbar ist oder nicht, da sie eben den Grundriss-Schnitt wieder aktiv, den Grundriss-Darstellungen wieder aktiviert haben und der ist nämlich quasi die Schnittdarstellung deaktiviert, deswegen hat er das eben nicht mehr angezeigt, weil die Grundriss-Darstellung aktiv war, also diese Grundriss-Szene meine ich. Unten sieht man das auch, wo sie den Namen geändert haben. Da gibt es irgendwo diese Geschichte, dass er da auch die aktive Schnitt-Ebenen, da ist das Häkchen drin, da hängt es ein bisschen zusammen, also die Szene hat mehr noch als nur jetzt die Darstellung oder die gespeicherte Sicht sozusagen, also nur das, kurz da nochmal ein gekriegt. Guter Tipp, sehr gut. Dankeschön. Genau, dann haben wir einmal den Schnitt hier durch, durchs Gebäude, da können wir das auch alles wieder hier hinzoomen, dann erstelle ich den Schnitt, entweder können wir den ja, wenn ich jetzt hier rechts rübergehe, ich klicke jetzt, ich klicke hier nochmal gehe er an, dann würde der den Schnitt jetzt hier drunter setzen, ansonsten, wenn ich sage, nee, mir ist das egal, dann kann ich den auch hier drunter setzen, das kann ich mal zeigen, wenn ich jetzt nochmal dieses Plus drücke, dann ist das hier unten, so, da kann ich aber nur sagen, ich will das aber nicht in dieser Reihenfolge, dann kann ich den hier, einen Moment, mit dem hier nach oben schieben und dann versetzt er, das macht er natürlich hier oben auch. Jetzt kann man natürlich das Ganze auch wieder umbenennen, jetzt kann man ja mal sagen, das ist wieder GR, Höhenquote, wenn man jetzt zum Beispiel sagen, sagen wir, das ist die Höhe, ich sage jetzt einfach mal sechs Meter, dann hat man das hier einmal gespeichert, dann kann man das Ganze nochmal zurückgehen, dann aktiviere ich den Schnitt, dann markiere ich den, drücke M, also für, wie heißt das, Move, ich arbeite immer mit Shotcuts, ich würde, manche wissen das vielleicht nicht, also bei M wird es mit dem Move zusammen. Das Bewegen mit Kopieren, ja. Genau, dann kann man, dann greife ich den, dann drücke ich die Steuerungstaste einmal, dass ich eben dieses Plus mit hinbekomme, dann kann ich, drücke ich die Pfeiltaste nach oben, dass ich diese Achse sperren kann, dass ich den nur nach oben schieben möchte, dann kopiere ich den und dann schiebe ich den zum Beispiel, Sie können auch, wenn Sie ganz unten rechts gucken, habe ich den jetzt 7.415 Millimeter bewegt, dann könnte ich dann jetzt auch sagen, schiebe mit diesen 8.000 Meter, also nicht 8.000 Meter, 8.000 Millimeter nach oben, drücke Enter und dann habe ich diesen Schnitt nach oben geschoben. jetzt kann ich, den Schnitt würde ich dann auch umbenennen, das macht man dann hier oben über Schnittebene, da haben wir für den diesen SC1, da würde ich SC2 zum Beispiel machen und dann ist dieser umbenannt, ups, jetzt ist da der Wurm drin, jetzt hat er hier 21 gemacht, Enter, so, jetzt aktiviere ich natürlich den Schnitt wieder, so, blende diesen aus, mache wieder die Draufsicht und habe dann einen neuen Schnitt, den tue ich bei Sene wieder hinzufügen mit dem Plus und kann den dann umbenennen wieder, GR, wir sind ja 8 Meter nach oben gegangen, wir haben jetzt 6 Meter, dann wäre der jetzt zum Beispiel bei plus 14 Meter, Enter. so, dann kann man noch, natürlich auch noch einstellen, ich gehe nochmal in den ganz oberen Grundriss nochmal, da haben wir zum Beispiel so den Dielenbelag, vielleicht will der Kolonnenführer oder auch der Kunde sehen, wie sieht das unter dem Dielenbelag nochmal aus an der Zwiebel, dann habe ich jetzt diese einzelnen Dielen, Holzbelege, die habe ich alle in eine Gruppe gelegt und auf einem separaten Layer, dass ich den eben hier ausblenden kann, also da kann ich natürlich mit die Layer hier drüben gewisse Dinge ein- und ausblenden. Das mache ich jetzt an der Stelle mal, da machen wir jetzt einfach mal zum Beispiel ohne Dielen und dann drücke ich da auch wieder auf das Plus und dann kommt wieder eine neue Szene und wenn ich da jetzt hin und her switche, hier oben links, da sieht man einmal mit Dielen, einmal ohne Dielen. So, und das kann man jetzt natürlich bis ins Unendliche treiben, das Ganze. Genau, also ich habe die ISO-Ansicht, würde ich, die nehme ich mit rein, ich nehme einen Grundriss mit rein, vielleicht noch einen speziellen Grundriss, ohne jetzt irgendwie, ja, Dielenbelege oder vielleicht will ich das Gebäude ausblenden, weil ich halt nur das Gerüst sehen will, nicht das Gebäude, das kann man hier alles mit einstellen, dann kann man hier verschiedene Schnittebenen erstellen, um den Kolonenführer oder Kunde zu zeigen, wie schaut es dann auf sechs Meter Höhe aus oder und dann eben, wie sieht es auf 14 Meter Höhe aus. So, dann eben noch diese Ansicht, kann man hier auch noch umbenennen auf AN Süd zum Beispiel und dann haben wir hier noch den AN West und dann haben wir mehr oder weniger alle Ansichten. Was ich dann noch gerne mache, ist, dass Details für den Kolonenführer oder für den Kunden, und dass ich dann dementsprechend einfach in einen gewissen Bereich halt hinzoome, dass man da so hergeht und dann kann ich natürlich auch wieder eine Szene erstellen. Da mache ich dann zum Beispiel umbenennen, mache ich D, D1, für Detail zum Beispiel. So, dann kann man dementsprechend hier weitergehen, da vielleicht noch eine Szene erstellen, wieder auf das Plus, wieder umbenennen, D2, gehen wir weiter runter, kann man hier den Eingang noch präsentieren, machen wir dann auch wieder die Szene hinzufügen, D3, und wie schon gesagt, das kann man so viele Szenen machen, wie ihr möchtet, also da kann jeder seine Kreativität im freien Lauf lassen. So, wenn man jetzt, sagen wir mal, alle Szenen ausgewählt hat, dann könnten wir eigentlich, oder können wir ins Layout wechseln. So, jetzt mit dem, müsst ihr jetzt lügen, mit dem, korrigieren Sie mich, mit dem SketchUp 2021 ist hier unten das zusätzlich noch dazugekommen, ob es jetzt hier, bei mir ist es jetzt links auf der Seite, das kann bei jemandem natürlich auch woanders sein, da kann ich jetzt hier mit dem Klick ins Layout senden, oder wenn jetzt jemand vielleicht noch 2020 hat, da war das glaube ich noch nicht da, da kann ich über Datei gehen, und dann das Ganze auch nochmal an Layout senden. Genau, das seid ihr, die neue Optik auch haben, Trimple mit den blauen Icons, und so haben sie diese vier Funktionen ihrer Extensions, oder ihrer zusätzlichen Möglichkeiten als Icon eingebunden, ansonsten genau, wie Sie es zeigen, über Datei an Layout senden, oder halt einfach ganz klassisch Layout über Desktop starten, und dann die Datei, geht beides. Genau, wenn sich jetzt jemand fragt, wie kommt diese, diese ganzen Icons dahin, also rechte Maustaste drauf, und dann kann man diese dementsprechend alle ein- und ausblenden, also das, das hat alles was mit Geschmack zu tun, bei mir sind sie auch relativ, ja, klein, das kann man natürlich hier auch nochmal einstellen, mit großen Symbole, oder kleinen Symbole, das ist natürlich alles Geschmackssache, das nur, als Tipp nur am Rande. So, jetzt kann man das Ganze ins Layout senden, da drückt man hier drauf aufs Layout, da fragt er natürlich noch, vorher, möchten Sie das Modell speichern, natürlich wollen wir das speichern, wir drücken auf ja, falls Sie das noch nicht gespeichert haben, da fragt er natürlich noch den, den Speicherort, den wählen Sie natürlich dann auf, aus, und dann wird das gespeichert, bei mir, ich habe es schon getan, deswegen, so, jetzt ist es natürlich auf den zweiten Bildschirm bei mir gesprungen, jetzt macht er das Layout auf, und noch so ein Zusatzfenster, das müssten jetzt, glaube ich, auch diese Standardvorlagen von Layout sein, Paragor, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Genau, das sind die Standardvorlagen. Richtig, wir haben natürlich uns eigene Vorlagen gemacht, das ist jetzt hier bei Templates benannt. Genau, und das sind wir jetzt zum Beispiel A0, die wir da getan haben, ja. Genau, und das wäre jetzt hier A0, A1, A2, A3, A4, also da kann man natürlich auch alles machen, was man möchte. Ich nehme in der Regel immer A0, da passt am meisten drauf. So, jetzt lädt der, das sieht es jetzt leider nicht, ich muss dann das Layout auf den zweiten Bildschirm schieben. Einen Moment. So, genau, da wäre das Layout. So, jetzt hat er natürlich die Optik aufgemacht, weil wir hier auf, im SketchUp, ich zeige jetzt hier beides, auf D3 waren, war das angeklickt, und so hat auch das Layout als erstes Bild übernommen. So, Sie können natürlich auch, wenn Sie das wissen, gehen Sie halt gleich auf ISO zum Beispiel und exportieren Sie es, dann hätten Sie als allererstes eben diese ISO-Ansicht. So, können wir jetzt aber alles einstellen. So, das ist eben dann Layout. Auch noch ein kleiner Tipp von mir, diese Vor- und Zurücktasten, die sind aus meiner Sicht sehr hilfreich, die sind leider, wenn man das Layout zum ersten Mal startet, nicht vorhanden. Das heißt, wenn Sie da oben rechte Maustaste reingehen, Customize, gehen Sie da rein, da geht nochmal so ein Zusatzfenster auf, und dann bei, heute ist das alles auf Englisch gestellt, interessanterweise, normal ist das auf Deutsch, Comments, und dann können Sie hier aussuchen, zum Beispiel, hier sind alle Kommandos, und dann suchen Sie sich zum Beispiel eben diese Vor- und Zurücktaste, die habe ich bei mir jetzt schon drin, ich nehme jetzt einfach mal irgendwas anderes, dass Sie sehen, wie es funktioniert, und zum Beispiel Speichern habe ich schon, Drucken fehlt noch, da kann ich das hier nehmen, und dann einfach reinziehen, und dann hätte ich das hier oben drin. Das als kleiner Tipp noch. So, dann, das ist die Vorlage, was wir am Anfang ja ausgewählt haben, das wäre jetzt in dem Fall eben diese A0-Vorlage, und das ist dann einmal diese Ansicht, die aktiviert war. So, jetzt kann man diese Ansicht einmal anklicken, das sieht man dann, wenn sie aktiviert ist, dass das mit dem blauen Rahmen ist, wenn der aktiviert ist, da kann man mit dem Rahmen den groß und klein ziehen, das dauert immer ein bisschen, je nachdem, wie die Performance vom Computer ist, oder was für Daten dahinter stecken, hier ist jetzt natürlich, eine Punktbeuge noch mit dahinter, aber das wird dann, der Kollege Gerüstbau-Host, glaube ich, später noch präsentieren, und dann kann ich hier dementsprechend das überall, also ich kann hier auch rauszoomen, und kann das hinsetzen, wo ich möchte, also hier bin, das kann man sich so wie so ein Schreibtisch eigentlich vorstellen, das Ganze. Jetzt ziehe ich das hier auf, noch das Ganze, um rechts noch das zu zeigen, Sie sehen, das lädt, Sie haben, was wichtig ist hier drüben, bei SketchUp-Modell, das brauchen Sie aus meiner Sicht, das ist ganz wichtig, da sehen Sie nämlich zum Beispiel, wenn das aktiviert ist hier, welche Szene das ist, das ist die Szene D3, das ist die, was wir ja vorher so benannt haben, das war ja die hier, und alles, so wie Sie es hier benennen, so taucht das dann dementsprechend auch im Layout hier auf, das können Sie entweder über SketchUp-Modell hier drüben erkennen, wenn ich das hier aufklappe, da habe ich die ganzen Szenen, oder wenn ich das, die Zeichnung oder das Bild hier anklicke, mit der rechten Maustaste, da geht dann auch hier das Kontextmenü auf, und da kann ich hier auch auf Szenen gehen, und kann hier das auch noch mal umstellen, das werden wir jetzt hier an der Stelle auch tun, wir gehen jetzt auf die ISO 1, das wird meine erste Seite, so da habe ich das Bild, das wir einmal hingerichtet haben, das setze ich jetzt einfach so hier hin, so jetzt will ich aber auch noch mal die zweite ISO Ansicht haben, ich aktiviere wieder das Bild hier, dann drücke ich die Maustaste links, drücke die Steuerung Taste, und die Shift Taste, und schiebe das einfach hier rüber, lasse die Maustaste los, die anderen zwei Tasten lasse ich dann drauf, dann habe ich das Ganze kopiert, die Steuerung Taste ist für Kopieren, da kann ich hingehen, wo ich möchte, jetzt habe ich aber zusätzlich noch diese Shift Taste gedrückt, ich zeige es nochmal, wenn ich jetzt die Shift Taste drücke, dann sperrt der die Achse, so entweder nach rechts, oder ich kann sie nach oben, also das kann ich nur im Kreuz schieben, dass das immer schön auf der Linie bleibt, so, genau, das ist eben das Kopieren, ich kann das aber auch anders machen, also mit dem Fernen, wenn das aktiv ist, dann lösche ich es, ich kann aber das auch anklicken, und drücke mit Shortcut Steuerung C für Copy, jetzt klicke ins Leere, und Steuerung V, dann kriege ich das Ganze auch nochmal, das brauche aber ein bisschen länger, wo hat das hinkopiert, jetzt hat er es hier zweimal, so kann ich, so schiebe ich mir das jetzt alles hin, tue ich das hier rüber, wie schon gesagt, entweder aktivieren, rechte Maustaste, Szene, ISO 2, jetzt aktiviert er die ISO 2, oder eben hier drüben bei SketchUp Modell, will ich da die ISO 2 aus, also das ist, wie man es möchte, ich bin halt eher so, ich sage mal rechte Maustaste, weil da bin ich gleich dran, und da spare ich mir Zeit an der Stelle, so dann habe ich die ISO 1, ISO 2, das ist jetzt, sage ich mal, mein Deckblatt, das finde ich persönlich gut, dann haben wir hier unten noch den Kompass, den kann man natürlich auch noch einstellen, den schmeiße ich in der ISO Ansicht raus, das ist eigentlich wie im SketchUp, kann ich hier gewisse Layer erstellen, für mein, für mein, ja für mein Layout, oder halt für meinen, für meinen Plankopf sozusagen, und dann kann ich, gestalte ich jetzt hier den Kompass aus, den brauche ich an der Stelle nicht, so jetzt können wir natürlich noch hergehen, beim Auftraggeber, sagen wir jetzt mal Softech, AG, dann Bauvorhaben, das Layout, Web, Webinar, dann Adresse, das ist heute die Musterstraße, Musterhausen, dann kann ich hier noch den, den Zeichner einstellen, wenn wir jetzt mal meine Person, dann den Bauleiter, ich bin, beides in einem, und so weiter, also da, da ist jeder frei, was er dann natürlich hier, ja, reinschreiben möchte, oder darstellen möchte, Dateiname ist jetzt hier noch unbekannt, das, da kann man auch eine Logik hinterstellen, will, also ich möchte jetzt heute eigentlich nicht darauf eingehen, wie man jetzt hier vielleicht eine Vorlage macht, und mit der Logik dahinter, weil das wird den Rahmen hier sprengen, aber vielleicht, Herr Paramaster, vielleicht noch ein zweites Webinar, wie man das hier vielleicht erstellen kann, so, und da kann man dann hier einstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel, die Datei, Datei speichern, wenn ich jetzt hier speichern gehe, dann machen wir das jetzt einfach mal hier, Web, Layout, dann speichere ich das, und dann ändert sich hier der Dateiname, also da kann man die Logik hinterstellen, man kann auch hier, das Datum hinterlegen, dass der dann, sobald ich hier das speichere, dann hinterlegt er auch automatisch das Datum, das hat er jetzt hier an der Stelle auch gemacht, außer bei geprüft, ja, das macht er dann auch, das kann man alles hier einstellen, dass da auch eine Variable hinten dran steckt, ne, fürs Datum, genau, wenn ich jetzt hier reinklicke, Datum erstellen, das macht er dann hier im Hintergrund, also das kann man machen, vielleicht kann ich das kurz andeuten, das wäre bei Dokumente einrichten, genau, und hier wäre das dann, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell, oben links Datei, Dokument einrichten, und da kommt eben diese, ja, diese Variablen Auswahl, diese Funktionen, genau, richtig, das kann man hier an der Stelle tun, aber da gibt es auch ganz viele YouTube Videos, so haben wir es uns letztendlich auch angeeignet, genau, dann kann ich eben hier den Blankopf dementsprechend alles einstellen, wie ich es haben möchte, jetzt haben wir auch die erste Seite, das sieht man auch hier drüben rechts wieder, da haben wir hier, falls es zugeklappt, hier aufklappen, da sieht man auch die erste Seite, so, jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, jetzt will ich die zweite Seite, jetzt kann man hier das Plus drücken, dann kommt dann die nächste Seite, die dann leer ist, man kann aber auch hergehen, was ich persönlich gerne mache, ich gehe nochmal hier zurück, das löschen, ich gehe dann auf duplizieren, weil dann habe ich nämlich diese Bilder schon mit drinnen und muss dann nicht extra nochmal dann was kopieren. So, man sieht es hier, jetzt habe ich das nochmal, so, jetzt gehe ich, jetzt habe ich die falsche Seite, hier kann ich nochmal zurückgehen, wenn ich jetzt auszusehen was gelöscht habe, das ist eben das, was ich vorhin da reingeholt habe, kann ich zurückgehen, dann kann ich jetzt hier das löschen, dann klicke ich wieder das Bild an, gehe entweder über SketchUp Modell, hier drüben, hole mir den Grundriss oder rechte Maustaste, Sehnen, Grundriss, dauert ein bisschen, so, jetzt macht er den Grundriss, jetzt muss man natürlich auch, es ist nämlich auch eine Frage im Chat, wegen der Maßstäblichkeit, ich denke, das werden wir jetzt auch sehen, wenn es um die Maßstäbe geht. Wollte ich jetzt gerade machen, ja. Das kommt jetzt mit dem Maßstab. Genau, also Seite 1, das hat natürlich keinen Maßstab, man kann das jetzt zum Beispiel gucken, über die rechte Maustaste und dann ist hier unten der Maßstab, ich gehe da mal drauf und das wäre jetzt aktuell, wäre es jetzt ein Maßstab 1 zu 25, Punkt 3718, was jetzt, sage ich mal, für diese ISO-Ansicht unrelevant ist, aber wenn wir jetzt in den Grundriss gehen, können wir jetzt auch nochmal die rechte Maustaste machen, Maßstab, wäre es jetzt zum Beispiel 1, 34, Punkt 43, 14, was natürlich Quatsch ist. und dann kann ich natürlich hierher gehen und sagen, ich will jetzt im Maßstab, weil wir können jetzt mal mit 1 zu 50 ins Rennen gehen, das klicke ich mal, ob es jetzt auf den A0 Plan mit drauf geht, geht drauf, wir haben jetzt hier 1 zu 50, das würde dann aber auch hier beim SketchUp-Modell hier drüben, würde das, kann ich das Ganze hier auch einstellen. So, und jetzt, Sie können natürlich auch hergehen und sagen, Maßstab 1 zu 100, da wird das Ganze natürlich noch kleiner und so weiter, also das können wir jetzt natürlich ein bisschen den Wahnsinn treiben. Wir können jetzt mal das ein bisschen übertreiben, 1 zu 500, dann wird das Ganze natürlich super klein, macht natürlich keinen Sinn, können natürlich, und das wird dann auch irgendwann pixelig, man sieht es hier. Genau, also ich würde hier tatsächlich Maßstab 1 zu 50 empfehlen, dann haben wir natürlich hier im Blankkopf, hier Maßstab noch 1 zu 100 stehen, hier kann man auch so einen Automatismus reinmachen, dass wenn ich jetzt das Bild, was wir jetzt auf 1 zu 50 macht, dann würde das Layout automatisch erkennen und hier 1 zu 50 einschreiben. Hatten wir tatsächlich auch mal, so würde ich aber nicht empfehlen, weil wenn Sie zum Beispiel jetzt hier 1 zu 50 haben und ich möchte mal eine Detailansicht mit 1 zu 25 oder 1 zu 20, dann würde der das umschreiben, da beißen die sich. Also ich habe es jetzt noch nicht herausgefunden, dass wir da hier irgendwie zwei machen, deswegen machen wir das dann immer manuell. Dann schreibe ich hier einfach 1 zu 50 rein und dann ist das festgeschrieben. So, jetzt schiebe ich das hier rüber, jetzt kann ich das hier noch ein bisschen kleiner machen, muss man nicht machen, ich passe es an. Wenn man sagt, ich will jetzt zum Beispiel gar nicht den unteren Bereich sehen, weil mich interessiert nur das obere, dann kann ich das natürlich alles hier dementsprechend nochmal anpassen. So, jetzt kann ich natürlich noch, es passt ziemlich viel drauf, ich mache nochmal die Shift-Taste, die Steuerung-Taste, schiebe das hier rüber, kopiere das, mache dann nochmal rechte Maustaste, die Sehnen und wähle hier eine andere Sehne aus. Man muss die Sehne nicht benennen, manchmal ist man ja faul, dann macht man halt Sehne 1, 2, 3, 4, 5, aber da wird es dann irgendwann, aber wenn Sie hier 20 Sehnen haben, dann wird es halt hier schwierig zu erkennen, welche Sehne ist denn was. Deswegen kann ich wirklich empfehlen, einen Namen hinterher zu hängen. So, jetzt können wir hier noch den Grundriss machen, den anderen. Dann machen wir das Ganze nochmal. Schieben wir das mal rüber. Kopiere ich das wieder. So, dann will ich den noch einen anderen Grundriss aus. Das war der plus 4, 4 Meter. So, jetzt haben wir hier die einzelnen Sehnen, jetzt kann ich das hier noch weiter runter schieben. Da können wir jetzt hier vielleicht noch die Ansicht noch mit drauf nehmen. Süd, mal schauen, ob es noch mit drauf passt. Braucht ein bisschen zum Laden. Genau, jetzt zeigt er nicht alles, dann ziehe ich das dementsprechend einfach hier größer. Brauche auch ein bisschen. Genau, machen wir hier kleiner. So, also es passt auch alles schön auf eine Seite drauf. Also man kann hier auch diese Saaren alle markieren und dann halt dementsprechend auch wegschieben. Das kann man hier alles machen. Dann gehe ich hier nochmal rüber. Dann haben wir hier nochmal die andere Ansicht mit drauf. Sehne West. Da zeigt er jetzt natürlich nicht alles. Dann schiebt man das hier rüber. So. Zack. Und jetzt können wir die hier einfach vielleicht nebeneinander nochmal anordnen. So. Man sieht auch, dass der versucht, immer diese Punkte auch zu fassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingehe und ich gehe hier runter, dann erkennt der, dass da diese Kante zu dieser Kante der Abstand, ja, dass der halt dann, ja, in der Flucht ist. Das erkennt dann SketchUp auch Layout. So. Dann schiebe ich das da hin. Was haben wir noch für Szenen? Jetzt haben wir dann noch die Detail-Szenen. Genau, die mache ich dann einfach auf der nächsten Seite. Dann mache ich einfach wieder hier duplizieren. Dann kommt dann die nächste Seite. Dann schmeiße ich einfach ein paar Sachen raus. Zur Bemaßung kommen wir gleich. Ich mache immer erst alles im Groben fertig. Und dann kommt die Bemaßung. So, jetzt haben wir, jetzt wissen wir ja, wir haben drei Details. Jetzt können wir mal gucken. Drei sollen jetzt hier drauf gehen. Dann ziehe ich das jetzt mal grob hier rauf. Je nachdem. Vernachlässigen. Dann gehe ich hier rüber. Ziehe das hier rüber. Wieder mit Steuerung und Shift, dass das auf einer Achse bleibt. Setze das hier ab. Und jetzt drücke ich einfach 2x, Enter. Und dann setzt ihr einfach noch mal das im gleichen Abstand nach rechts. Aber es dreimal. So, jetzt kann ich hier gehen und sage, Szene D1 zum Beispiel. Dann holt ihr die her. Dann drücke ich das zweite Bild. Szene D2. Dann das nächste wäre dann D3. So, jetzt ist natürlich, wenn wir das Ganze nochmal anschauen vom Sketch ab. Hier D3 ist ja, sehe ich ja viel mehr. So, hier kann ich natürlich jetzt schon hergehen ins Layout. Entweder ziehe ich das alles größer. Kann man machen. Da kriegt man halt mehr Seiten. Oder ich klicke das Ding wieder an und mit einem Doppelklick rein. Dann drücke ich Escape. Okay, macht er jetzt nichts, aber nochmal mit Doppelklick rein und dann kann ich hier auch das Ganze nochmal rauszoomen. Ich kann mich letztendlich wie in SketchUp mich hier nochmal bewegen und auch eine andere Szene erstellen. Sozusagen. ganz weg von dem, was ich ursprünglich so D3 hatte, kann ich hier das auch nochmal separat anpassen. Das sieht man ja auch ganz gut, dass er dann auch die Information der Szene rausnimmt und dann bei Szene schreibt. Genau. So, und dann das kann ich natürlich jetzt hier mit den anderen Bildern auch alle machen. Wenn mir die Ansicht nicht gefällt, dann zoome ich ja auch einfach ein bisschen raus. Und so weiter. Das können wir jetzt einfach mal lassen. Dann haben wir das hier. Dann springe ich mal zurück auf diese Drei-Tafel-Projektion. Jetzt kann ich natürlich hergehen. Jetzt bemaße ich das Ganze. Jetzt haben wir hier oben das Werkzeug Abmessungen. Da kann man jetzt natürlich Winkel oder Linear messen. Wir wollen Linear messen. Dann klicke ich das einmal an. Rechts davon kommt dann dieser Abmessungsstil. Da kann man natürlich viel einstellen, wenn ich die Zahlen oben drauf haben, in der Mitte, unten drunter, schräg und so weiter. Also da kann man alles mögliche machen. Abmessungsstil, dann kann man noch Skalierungsstil, war das nicht, Formstil. Da kann ich natürlich sagen, mach meine, ja so ein Schrägstrich nach rechts oder ich will ein Pfeil oder ich will ein Punkt. Das kann man hier alles einstellen. Da kann man noch die Dicke dementsprechend noch einstellen. Ich kann auch sagen, nee, meine Linie soll gestrichelt sein. Die Linie soll nicht schwarz sein, sondern rot. Das würde bedeuten, ich klicke hier drauf, dann geht hier oben nochmal die Farben auf und dann würde ich jetzt hier auf RGB drücken und würde den Regler zum Beispiel ganz nach rot schieben. Dann hätte ich das jetzt rot an der Stelle. Also ich mache das jetzt schwarz, habe jetzt das hier schon. Das kann man alles in der Vorlage alles vorkonfigurieren. Sprich, wenn Sie Layout dann erstellen, ist das dann alles schon vorkonfiguriert, so wie Sie das haben möchten. Würde ich auch empfehlen, weil sonst fangen wir jetzt dann mal wieder neu an, an den Vorlagen rumzuspielen. So, dann kann ich jetzt auswählen, ich lasse jetzt hier automatisch skaliert, dann zoome ich jetzt hier her. Also ich zoome gerade, das dauert ein bisschen. So, jetzt fängt der aber auch hier die Punkte von den Bauteilen. Man sieht es hier. Ich bin eher so ein Fan, ich schaue, dass ich immer so die Dealer erwische, dass ich genau die Achse erwische. Dann klicke ich hier drauf und dann da, dann habe ich jetzt hier 2,50 Meter. So, jetzt kann ich aber sagen, okay, das will ich alles kleiner oder größer haben. Jetzt klicke ich das nochmal an und sage jetzt zum Beispiel Genauigkeit, ich will nicht die zwei Zahlen in dem Komma haben, sondern ich will zum Beispiel bloß eine haben. So, dann schreibt ihr das um oder ich will nur eine haben. Passt dann, der rundet an der Stelle dann auf, was dann Quatsch wäre. So, dann kann ich aber auch sagen, zeig mir das einen Millimeter an. Macht er einen Millimeter und so weiter. Wir machen dann Meter, würde ich empfehlen. Und die Genauigkeit bei uns. Hat jetzt zum Beispiel jemand Leier, der kann dann natürlich hier die 2,50 machen. Genau. So. Ich kann das Ganze dann aber auch größer machen. Dann kann ich hier über Textil kann ich jetzt diese Zahl größer machen. Hier sehen Sie, wenn ich da hingehe, dann wird der dementsprechend größer, kleiner oder dicker. Da kann jeder machen, was er möchte. Das Ganze ist natürlich auch voreingestellt. Wenn ich hier wieder auf Messen klicke, dann ist es standardmäßig eben auf 10 Punkte von der Größe und auf Romanen eingestellt. Das kann ich natürlich vorinstallieren. So, dann kann ich hier weitergehen. Klicke ich hier weiter. Der findet auch hier den Punkt. Der hat eine Objekteinrastung. Wenn ich hier zurecht die Maustaste mache, kann ich die auch ausschalten, dass er den Punkt nicht greift. Das heißt, dann bin ich hier auch frei. Falls es manchmal einen stört, ich will nicht hier drauf haben, sondern ich will hier hin und dann springt er da immer hin. Das kann natürlich passieren. Dann springt er da immer hin. So, dann kann ich hier alles schön bemaßen. Zack. Wie man es haben möchte. Zum Beispiel hier nach bis zu dem Teller die Höhe und so weiter. So, jetzt kann ich aber auch hergehen und sagen, diesen anklicken. Da muss man dann diese automatische Skalierung ausschalten und dann auf die 1 zu 50 gehen, die war schon ausgemalt. Dann klicke ich hier drauf, drücke die Steuerung-Taste und dann kann ich das hier nach oben schieben. Zack. Und dann nochmal nach oben schicken. Dann behält er auch diese Skalierung. Würde ich diese Skalierung automatisch nicht einstellen, ich kann es mal kurz zeigen. Automatisch. Und ich tue das hier kopieren. Das macht er einmal. Und beim zweiten Mal würde er jetzt hier 0, da macht er eine andere Skalierung. Da würde ich hier 04 stehen. Deswegen an der Stelle das Ganze, wenn ich das Ganze mal kopiere, die automatische Skalierung raus auf den Maßstab, wo wir das Modell eingestellt haben und dann kann ich hier schön nach oben gehen. Zum Beispiel. Und so weiter. Hier hat er jetzt eine Abweichung, da muss ich natürlich dann hier nachjustieren. So. Das ist ja die Objekteinrastung. Wenn der den Punkt nicht greifen kann, dann würde ich an der Stelle das hier ausschalten. Und dann kann ich hier freihändig das anpassen. Genau. So. Das war die Höhe. Jetzt gehen wir mal in den Grundriss rein. Da machen wir das Gleiche. Wieder hier oben das Messwerkzeug auswählen. Auch das schon mal automatische Skalierung würde ich ausschalten. Ich würde auf diese 1 zu 50 gehen. Dann packe ich das Ganze hier auch wieder. Und arbeite mich hier im Modell durch. So. Ich bin ja ein fauler Mensch. Jetzt sage ich ja, jetzt will ich ja das ja nicht überall hier rum bemaßen. Ich kann jetzt hier hergehen und nehme jetzt die Maßkette. Markiere die. Ihr könnt jetzt hier die rechte Maustaste machen. Ihr müsst jetzt schauen, ob wir hier genau gruppieren. Oder Steuerung G wäre jetzt auch gruppieren. Dann gehe ich auf Gruppieren. Dann habe ich jetzt hier eine Gruppe. Die klicke ich einmal an und dann könnte ich diese auch einfach hier wieder rumschieben. Zurück. Wenn ich diese anklicke, dann drücke ich die Steuerung-Taste, dann kopiert ihr die. Hier. Zack. Schiebe ich die rüber. Zack. Dann muss ich hier die Arbeit nicht doppelt machen. Und das kann ich dementsprechend auch hier nach unten wieder machen. Zack. und so weiter. Wenn ich sage, ich will das aber zum Beispiel auf der Ansicht der drüben, ich kann das mal hier drüben nochmal löschen. Dann nehme ich die hier. Nochmal Steuerung-Taste drücken. Ziehe das rüber. Jetzt ist die natürlich auf dem Kopf. Dann gibt es hier aber auch die Drehfunktion. Das zeigt es dann hier an. Dann kann ich das einfach drehen. und dann dementsprechend auch hier drauf anpassen. So. Jetzt kann man das natürlich beliebig oft oder nach dem Wünschen des Kunden oder halt des Kolomphi kann man hier diese Bemaßung vornehmen. Man kann jetzt natürlich auch hergehen und sagen, zum Beispiel hier klicke ich da an und sage, klick rein. Dann sage ich, was weiß ich, Gitterträger. Das ist natürlich jetzt auch wieder zu klein. Dann kann ich hier auch reingehen. Dann ist das markiert. Dann gehe ich wieder in die Schrift drüber und dann kann ich hier das Ganze dementsprechend alles hübsch gestalten. Kann jetzt aber auch wieder hergehen, okay, ich habe jetzt hier mehrere Gitterträger, wieder markieren, Steuerung, Taste drücken und dann kann ich das Ganze zum Beispiel auch hier rüberschieben. Dann habe ich hier mit Pfeilandeutungen, dann kann ich hier oben auf Text gehen, dann klicke ich hier einmal rein, dann wird das schon vorher jetzt natürlich die Skalierung auch, die Schrift auch wieder zu klein. Da gehe ich mal auf 36, hat er nicht. Dann sieht man mal im Escape. Die Schrift, etwa 36 habe ich und dann Ansicht Süd. Dann kann ich das markieren, schiebe das hier rüber und da kann die Formatierung auch alles sein, das kann rot sein, grün sein, dick, kursiv, unterstrichen, also da kann jeder machen, wie er es möchte. Da schreibe ich jetzt West rein und dann kann ich das Ganze auch hier zum Beispiel auch wieder rüberschieben. Dann kann man Grundriss so, dann kann ich das hier alles dementsprechend anpassen. Jetzt kann ich natürlich auch hergehen und sagen, ich markiere die zwei. Ich möchte das Ganze ja nicht immer alles doppelt machen, drücke ich STRG C, gehe dann wechsel auf diese nächste Seite zum Beispiel und sage STRG V, dann setzt er das an die gleiche Stelle hin, wo ich es vorher hatte. Jetzt kann ich natürlich hierher gehen, das wieder verschieben, dann habe ich es eben auf der anderen Seite und dann kann ich halt dann die Teil Teil 1 das löschen, dann kann ich das hier rüber kopieren, mal zwei, dann ist das auch da drüben. So und so weiter. Das können Sie bis in den Wahnsinn treiben. So, wenn ich jetzt das Ganze hier erstellt habe, dann kann ich Ihnen, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, zu speichern, das hätte man, würde ich an der Stelle auch schon viel, viel früher machen, dass das Programm nicht abstürzt und die Arbeit doppelt gemacht werden muss. Jetzt habe ich, hat das jetzt gespeichert. Okay, jetzt hat das gespeichert. Jetzt kann ich das Ganze dann exportieren. noch was kurz zurück. Jetzt haben wir hier zum Beispiel hier den Grundriss. Ich habe vorher den Kompass ausgeschalten, den kann ich ja im Grundriss, kann ich dann wieder einschalten, den schalte ich dann hier unten wieder ein und kann natürlich diesen dann auch drehen. Wir können jetzt sagen, okay, wir haben ja gesagt, das ist die Südseite, dann drehe ich das jetzt hier um, dann ist hier Süd, weil wir gesagt haben, hier ist die Südseite und auf der Seite ist zum Beispiel dann die Nordseite. Das kann ich dann hier nochmal andeuten. Man kann es eben wieder mit dem Kompass hier unten machen oder eben auch, man kann auch hinschreiben Ansicht West und Nord. Das kann man natürlich auch machen. Wer sich da leichter tut, ist einmal auch frei. So, dann kann ich das Ganze, gehe ich auf Datei und sage das Ganze exportieren. Jetzt kann ich das Bild exportieren oder PDF. An der Stelle, mein PDF ist gängig. Ich würde auch das Ganze als PDF exportieren. Dann fragt er nach dem, ja Speicherort, wie möchte ich das Ganze nennen. Wir haben es ja vorhin schon Webinar Layout genannt. Dann sage ich, haben wir noch andere Verworte? Nein, dann drücke ich auf Speichern. So, jetzt fragt er natürlich, kann ich nochmal einstellen, möchte ich Seite 1 und 3? Dann sage ich, nein, ich möchte zum Beispiel auch nur Seite 1 von 1 haben. Das kann ich hier auch nochmal sagen. Dann Ausgabeauflösung, wenn man jetzt hier hoch macht, das kann man, das kann man alles tun. muss man berücksichtigen, dass die Datei relativ groß wird. Also, das heißt, ich sage mal, gut, wir haben jetzt hier ein kleines Projekt, da wird die Datei vielleicht, wenn ich auf hoch gehe, wird die vielleicht 9 MB haben. Aber wenn Sie mal ein richtig großes Projekt haben mit ganz vielen Seiten, dann sind es schnell mal mit der ganz großen Auflösung, dann sind es mal schnell bei 30 MB oder noch mehr. Macht keinen Sinn. Da würde ich auf Mittel gehen, von der Bildkomprimierung, würde ich, lassen wir mal so Standard immer so in der Mitte. Jetzt könnte es theoretisch auch nachher gehen und sagen, PDF Layer aus Layout erstellen, das sind diese hier drüben, hier unten rechts, das würde der ins PDF mit implementieren und da könnte man, ich glaube, in Adobe könnte man diese Layer dann dementsprechend in PDF auch noch ein- und ausschalten. Kann man dann tun. Mache ich jetzt hier in der Stelle nicht. Exportierte Dateien im PDF-Viewer anzeigen, also wenn der das dann exportiert hat, geht dann automatisch der PDF-Viewer auf. Wir machen das jetzt mal an der Stelle. Drücken wir auf Export. Das braucht jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Da streckt er dann schon. Also ich kann an der Stelle dann auch nichts mit dem Layer tun. Das Fenster weg, braucht noch ein paar Sekunden. Da unten rechts hätte man es gesehen, das läuft noch. Der grüne Balken ist noch am Laufen, rechts bei dem SketchUp-Fenster. Wo sind Sie denn, Herr Paar? Unten auf das Icon. In der Taskleiste. Taskleiste. Hier oben? Unten. Unten in der Windows-Taskleiste. Das Icon von dem SketchUp. Ah, dann ist er fertig. Jetzt ist er fertig. Da war gerade ein grünes Aufhalten für die Seite 1 gerade am Ende. Genau. Geht in der Regel schneller, aber hier ist halt die Punktwahl dahinter, deswegen braucht er da etwas länger. Gut. Das wäre jetzt das, was wir jetzt erstellt haben. Wir haben jetzt hier diese zwei ISO-Ansichten. Wir haben hier diese, den Namen, den Maßstab, alles, was wir jetzt hier gemacht haben, hat er jetzt im PDF exportiert. Und so sieht es dann letztendlich im PDF fertig aus. Genau. Das ist ein kurzer Abriss im Layout. Wenn wir jetzt natürlich die Skalierung jetzt im Vorfeld noch runternehmen, dann ist das Ganze hier ein bisschen verpixelt. Ich habe das mal vorhin gemacht, da bin ich mal ein bisschen weiter runtergegangen. Ich zeige das mal an der Stelle. Ich ziehe das mal rüber, dass man ein Gefühl dafür kriegt. Und wir haben jetzt das erstellt. Da haben wir ungefähr 5,2 MB. Und vorhin habe ich mal das ein bisschen runtergefahren. Da sind wir dann bei 1,9 MB. So, wenn ich das mal anklick, von, das wollen wir mal vergleichen, wie das aussieht. Ja, es wird etwas schlechter. Es wird verpixelter. Man sieht es hier am Gerüst, wenn man jetzt dann noch mal in das Bessere geht, dann ist das vom Detail her dann noch mal besser. Das ist je nachdem, was man halt braucht. Genau. Dann wieder auch mit Abhängigkeit vom Maßstab. Wie groß ist das Ganze auch platziert? Und so weiter. Ja, 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 genau. Richtig. Genau. Jetzt haben wir natürlich hier einen A0-Plan. Den kann ich natürlich als A3 auch ausdrucken. Nicht jeder hat einen Plotter vielleicht zu Hause stehen oder in der Firma. Kann man natürlich als A3 auch ausdrucken. Das ist alles kein Thema. Ich meine, das muss ich jetzt vielleicht nicht erklären, aber wenn ich hier auf Drucken gehe, dann kann ich dementsprechend diese Größe einstellen. Machen wir hier. Dann kann ich das auch als A3 drucken. Also das funktioniert natürlich. Ich stelle das mal ein. Und dann bleibt natürlich hier diese Größe bleibt erhalten, bloß eben da ist A3. Also im Grunde ist es erst mal egal, ob ich es jetzt in A0 zusammenbaue oder eben auf A3. Das ist erst mal egal. Gut, die Maßstäblichkeit geht verloren dann. Die geht dann verloren, ja. Wenn man was nachmüssen möchte. Richtig, genau. Also das Ganze wäre jetzt, wenn wir es jetzt in A3 auch ausdrucken, dann könnte ich das tatsächlich hier, da wir jetzt 1 zu 50 haben, würde man es jetzt 1 zu 100 machen. Dann kann ich das mit Meterstab oder mit irgendwas anderes kann ich dann mit diesen Linien oder kann ich halt dann nachmessen. Das funktioniert. Genau. Herr Rennig, just in time. Ich gucke jetzt nochmal in die, oder ich sage jetzt gerade nochmal in die Runde, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, schreibt es, schreiben Sie die rein. Die mit der Maßstäblichkeit denke ich haben wir ganz gut gelöst oder auch erklärt. Mhm. Da kommen schon die ersten Dankeschön. Gebe ich natürlich gerne weiter. Super informiert. Vielen Dank. Auch bezüglich der Maßstäblichkeit. Ja, danke. Freut uns. Also Herr Wene ist noch sehr gut erklärt. Dankeschön. Das ist natürlich nur ein kurzer Abriss. Also hier ist nach oben so richtig viel Luft. Da kann man so viel machen. Also das Programm kann sehr viel, aber still muss ich auch ehrlich dazu sagen, manchmal auch an seine Grenzen. Also das darf man ja auch nicht vergessen von der Performance her. Aber das habe ich ja schon oft kundgetan, Herr Pacher. Es gibt noch eine Frage, das ist tatsächlich überfragt. Vielleicht haben Sie das aus Erfahrung. Höhenkoten, wie sieht es da aus? Gehen die auch? Bin überfragt. Wenn in diesem Nachgang das nochmal in Erfahrung. Ja, man kann hier tatsächlich, das habe ich jetzt bei mir hier nicht eingeschaltet, das muss ich mal gucken. Fenster, das ist Sammelalben. Stimmt. Hier unten zum Beispiel. Ja, stimmt. Mit den Vorlagen kann man da arbeiten. Genau, hier kann man jetzt in dem Fall so einen Transporter reinholen oder auch jetzt sagen wir mal diese Höhenkoten. Klar, da kann ich diese Pfeile hier alle reinmachen. Das funktioniert, muss ich aber dann trotzdem, also mir ist es jetzt nicht bekannt, dass das dann automatisch geht von der Höhenkote. Ja, geht. Bin fast überzeugt, dass es das geht. Wir haben es, wir verwenden es jetzt leider noch nicht. Weil wie schon gesagt, das Programm kann ganz viel, das war wirklich nur ein kleiner Abriss für, ich denke, für unser Gewerk ist das völlig ausreichend, wenn man das so präsentieren kann. Klar, wenn man jetzt Architektenklinie oder irgendwas machen möchte, das kann man mit dem Programm auch machen, aber das brauchen wir jetzt persönlich in unserem Betrieb nicht. Ja. Ja, vielleicht ein Abriss noch, natürlich die Darstellung, die wir hier sehen, die der Herr Wendrich gewählt hat, hat man ja gesehen, ist die Darstellung, die aus SketchUp kommt. Die Stile sind hier natürlich auch komplett integriert, das heißt, wenn man wieder eben das Thema Architektenzeichnung, wenn ich das Ganze halt in schwarz-weiß und ganz schöne dünne Linien haben möchte, dann kann ich das über die Stile regeln und entsprechend hier dann auch wieder wählen. Die Stile kann man hier auch wählen, die habe ich glaube ich auch nicht aktiviert, weil die es tatsächlich auch nicht braucht. Der ist ja immer mit drin. Ich glaube, der ist mit an der Szene verknüpft. Die kann ich aber hier glaube ich auch noch mal ändern, glaube ich. Aber das verwenden wir jetzt auch nicht. Was wir, wie Sie sagen, es ist noch Luft nach oben, was natürlich hier auch möglich ist, dass die komplette Schnittdarstellung angepasst wird, dass eben Füllflächen auch gefüllt dargestellt werden, die geschnitten sind und so weiter. Eine nächste Frage war noch, einfach, das ist eine gute Frage, ich denke auch an Sie, Herr Wendrich, die Frage ist, bemaße ich eher im Layout, wenn ich es nutze oder im SketchUp? Ja, das kommt drauf an. Wenn ich jetzt mal kurz zurückgehe, kann ich natürlich hier schon, wenn es jetzt nicht viel ist, wenn Sie jetzt ein kleines Gerüst wie jetzt zum Beispiel ein fahrbares oder eine kleine Bühne bemaßen wollen, da gehe ich natürlich schon hierher, schiebe jetzt mal noch hier die Bemaßung rein, das wollte ich jetzt mal sagen, das SketchUp Modell und Layout, die kommunizieren dann miteinander. Das zeige ich jetzt mal noch kurz. Genau, das wird übertragen. Genau, wenn ich jetzt diese Bemaßung hier noch reinnehme, das ist ja entweder bemaße ich es jetzt im SketchUp oder im Layout, jetzt speichere ich das Ganze nochmal, das will ich natürlich nicht vorenthalten, das hat er schon gespeichert, gehe wieder zurück ins Layout, jetzt klicke ich zum Beispiel irgendeine Zeichnung, rechte Maustaste und sage zudem Modellreferenz aktualisieren, das heißt, wenn ich jetzt, ich habe einmal das Layout erstellt, auf meiner ersten Zeichnung, schicke das zum Beispiel den Kunden raus und der sagt, lieber Gerüstbauer, ich möchte das aber anders haben, jetzt plane ich das wieder in SketchUp um, möchte aber natürlich nicht immer das Layout neu erstellen. Da kann ich natürlich die Zeichnung neu machen und kann dann diese Datei von Layout mit der SketchUp-Datei verknüpfen und der würde das hier alles aktualisieren. Der würde auch diese Bemaßung, der lädt noch in der Ansicht diese Bemaßung, wenn das jetzt kein 3 Meter Feld mehr ist, sondern 2,50 würde der automatisch diese 2,50 Meter Länge anpassen oder halt von 3 Meter auf 2,50. Jetzt gehen wir mal kurz hier hoch, jetzt hat er jetzt hat er das hier verdeckt, ich ziehe das mal ein bisschen größer, normalerweise müsste jetzt diese Linie da sein. Da kommt es dann, ja. Genau, jetzt ist sie, jetzt sehen Sie es. Diese Linie, also diese Bemaßungslinie, die ist jetzt natürlich, ich sage es jetzt mal, ins Layout eingebrannt. Also ich kann jetzt hier nicht reingehen und sagen, die will ich jetzt nicht mehr, sondern ich würde tatsächlich, je nachdem, welchen Anwenderfall ich habe, habe ich ein großes Projekt, dann würde ich die, glaube ich, jetzt nicht ins SketchUp bemaßen, weil da bin ich viel zu eingeschränkt. Ich mache das tatsächlich lieber im Layout, weil hier bin ich ja komplett frei. Und diese Bemaßung, was ich am Layout erstelle, die kommuniziert ja mit dem Modell ins SketchUp. Klar, das würde jetzt diese, diese Bemaßung dann auch tun. Jetzt ist sie wieder weg hier. Aber ich würde tatsächlich eher im Layout bemaßen. Ja, ja. Also ich denke, wichtiger Punkt ist einfach auch das, dass wenn man mit den Layouts arbeitet und man würde im 3D-Modell weiterarbeiten, dass das automatisch auch aktualisiert wird. Also das ist schon auch eine nette Geschichte. Genau. Genau. Noch ein kleiner Tipp, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt im SketchUp diese Datei zum Beispiel speichern unter für Version 2 zum Beispiel. Also ich kann immer einem empfehlen, baut es nicht die erste Datei um, macht es eine Sicherheitskopie und arbeitet es mit der zweiten Datei, Version weiter. Jetzt hat natürlich diese Version 2 mit der Layout-Datei, Version 1 nenne ich jetzt mal, hat jetzt erstmal nichts zu tun, ist aber auch kein Problem. Ich gehe auf Datei und sage Dokument einrichten. Das war auch an der Stelle, wo ich jetzt zum Beispiel diese Autotext machen kann. Dann gehe ich eben hier auf Referenz und dann sieht man hier schon, mit wer Datei eben diese Layout-Datei kommuniziert und das wäre eben diese ja, Kapelle Version 1. Und jetzt könnte ich dann hergehen und sagen, neue Verknüpfung und dann könnte ich hergehen und sagen, bitte verknüpfe mir das Layout mit der Version 2 und dann würde der eben diese zweite Datei mit Layout verknüpfen. Das kann ich hier, sage ich mal, anstoßen an der Stelle. Also das könnte ich theoretisch mit jeder SketchUp-Datei machen, aber das würde ja keinen Sinn machen, weil der Werteinhalt natürlich ganz anders und da würde hier natürlich nur Mist rauskommen. Genau. Hier kann ich auch nochmal die Einheiten einstellen, falls einer das möchte. oder Gitter-Raster-Anzeigen kann man hier auch machen, falls einer mit dem Raster arbeiten, also wie schon gesagt, nach oben alles offen. Vielleicht als letztes noch, Sie hatten es anfänglich erwähnt, ich muss passen, ich müsste auch nochmal bei einer Kollegin nachfragen, die Vorlagen, wo haben Sie da einen Tipp, wo es das ein oder andere gibt? Ja, einen Moment, kann ich. Ich mache jetzt mal Google auf, das ist eigentlich kein Geheimnis, geben wir es einfach mal SketchUp-Layout-Vorlagen ein an der Stelle und dann müsste das hier, glaube ich, ich müsste jetzt lügen, ich mache mal hier einen neuen Tab auf, nee, das war das falsche, Entschuldigung. Die Originalseite. Das war das hier. Das war es auch nicht, dann war es die erste. Nein, auch nicht. Ich habe es gespeichert. Einen Moment, Herr Paar, ich schicke es Ihnen später. Ich habe das jetzt mal hier, den Link habe ich ja gespeichert. Den haben wir jetzt mal an der Stelle schmeißen oben rein. Dann ist das hier zum Downloaden, Layout ISO. Dann, wenn man das entzippen möchte, ist es kein EOS, ich habe es auch im Park. Also, ich habe es im ISO-Rahmen schon mal als Layout vorbereitet. Genau, dann hier das Passwort. Ich kann das mal auch noch kurz zeigen. Ich gehe mal schnell, wenn wir noch zwei Minuten haben. Gehe auf Öffnen. Dann hole ich die Datei rein. Layout, ich nehme jetzt mal die A0, klicke die hier durch. Dann, das wäre jetzt zum Beispiel diese ISO-Datei, die derjenige da ist. Genau, die kann ich natürlich hier bearbeiten, wie ich möchte. Hier sieht man wieder, wenn ich das anklicke, kann ich hier machen, kann ich hier rumschieben. Ich kann dann empfehlen, wenn Sie das fertig haben, diese liegt auf, klappt müsste das sein, dann kann ich das hier drüben bei Layer sperren, dann kann ich das hier nicht mal anklicken und irgendwo verschieben. Also da, aber wie schon gesagt, das dann wieder wirklich noch mal so ein extra Webinar, wie man, sagen wir vielleicht, ein Layout erstellt, also die Layout-Vorlagen. Die Vorlage, das ist ein guter Typ, ja, das können wir machen.